Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Star Wars CD Power Battles und genau, oh mein Gott, das ist ja ganz schön laut gerade und ich muss gerade einmal noch mal so, ähm, ja wir sind in Coruscant angekommen hier beim letzten Mal und äh, waren hier auf dem Weg zu, wartet mal zu, ah, keine Ahnung, auf jeden Fall müssen wir uns hier durchkämpfen, äh, durch die Söldner, genau, also wir müssen hier gegen die Söldner kämpfen und wir haben hier ein richtig krasses Level, ah, ich glaube hier komme ich her, genau, hier komme ich her, ähm, ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, ist schon ein paar Tage her, als ich das letzte Mal gespielt habe, aber ich glaube wir müssen hier in diese Richtung weiter, genau, wir müssen hier in diese Richtung weiter und haben hier direkt einen Checkpoint, das heißt wir können hier eigentlich, äh, uns töten lassen, äh, äh, was ist das denn, ey, so, da, und bam, 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 und so, genau, und ja, liebe Leute, schön, dass ihr immer wieder hier dabei seid, oh Gott, dass ihr immer wieder hier dabei seid, beim guten alten Star Wars CD Power Battles, ey, ja komm, Yamachiya, ja komm, eh, so, ey, so, rum, und, äh, ja, wir müssen auf dieses Taxi hier, what the fuck, scheiße, oh Gott, oh nein, nein, ach verdammt, okay, ähm, wartet mal, so, ähm, so, haha, oh, wir haben direkt gefehlt hier, ey, scheiß Abgründe, what the hell, Leute, ich habe auch keine Leben mehr, ne, ich habe keine Leben mehr, das ist irgendwie gefährlich, was ich hier gerade mache, äh, Alter, ich habe keine Leben mehr hier, äh, äh, so, okay, ich muss aufpassen, äh, geh weg, blöd ist wieder seltener, genau, ich habe kein, äh, ja, toll, scheiße, ich habe kein Leben mehr, warum habe ich denn überhaupt kein Leben mehr hier, da bringt mir ja der Checkpoint auch gar nichts, äh, wartet mal, da muss ich einfach mal hier hinten hinspringen, dann hier wieder hin, und dann lass die mich mal verfolgen, ach, das sind so viele, das sind so viele, oh mein Gott, und hiermit, und hiermit, macht, Stoß, alle weg, am besten, nein, die sind noch nicht mal alle weg, okay, so, dann, genau, und, und Schiffs, so, gut, aufpassen jetzt hier, gut, aufpassen, und, Yamachiya, ja, dann, ich habe kein Leben mehr, gut, dann muss ich jetzt halt mit, äh, Safesets arbeiten, dann tut es mir leid, wenn das die Spannung raubt, aber, ist hier unten irgendwas, nein, hier unten ist nix, okay, ist hier vielleicht noch irgendwas, ne, sieht nicht so aus, ne, ne, okay, Leute, dann, äh, dann, äh, so, und tschüss, genau, beide weg, sehr schön, was ist das denn für eine Scheiße, oh Gott, so, gut, komm, dann, und bam, äh, 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 geile, geile Sounds hier, ey, ey, du bist immer noch am Leben, jetzt nicht mehr, okay, dahint kann ich nicht hin, aber dahinten ist ein Leben, sehr schön, uiuiui, geh mal weg, und bam, so, und weg mit dir, so, Leute, ähm, und hier, da, ey, wie krass, wie krass die sind, ne, die grünen Männchen, äh, äh, oh Mann, okay, wow, nicht schlecht, so, nicht schlecht, Leute, nicht schlecht, ähm, so, ihr seid mir hier zu viele, wirklich, ihr seid mir hier viel zu viele, so, wir wollen mal ein bisschen umkreisen, hier, bam, bam, und ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr immer wieder hier dabei seid, bei Star Wars, die Power Battles, und, äh, ja, wie wir hier hoffentlich durchkommen, ey, keine Leben mehr, kein gar nichts mehr, ich habe jetzt noch mal zwischengespeichert, äh, ja, das, äh, shit, uiuiui, so, und bam, und bam, so, puh, Leute, oh, ha, uiuiui, der Sack hat mich einfach runtergeschubst, oh Mann, ey, dieser Sack hat mich einfach runtergeschubst, hier, so, die eine ist weg, das geht zum Glück schnell, ja, wenn man hier jetzt die Drohnen weg macht, ich habe mich schon wieder runtergeschubst, das kann ja wohl nicht wahr sein, das ist aber echt nicht wahr, die schubsten mich einfach hier runter, ey, so, dann die nächste, genau, dann, äh, oh, ich wollte schon sagen, ey, bin ich wieder hier runtergeschubst, oder was, so, was ist das hier oben für ein Item, ja, toll, noch weniger Energie, super, scheiße, da muss ich einfach durchlaufen, oh Mann, ich habe auch keine Energie mehr, oh, ah, geil, ey, da unten, oh, gut, ein Credit, das ist schon mal Gold wert, ihr, ey, so, und da unten ist eine Granate, oh, verdammt, nochmal, ihr seid zu viele, ey, ihr seid mir echt zu viele, so, weg durch, boah, Leute, äh, verdammt, nochmal, nein, ach, verdammt, komm dann, nein, ich habe nicht gespeichert, verdammt, ja, gut, egal, ähm, Argument, mal, ah, ne, okay, ne, ne, dann, äh, dann kommt dann, so, so, bumm, und, och, du blöde Drohne, ne, so, und hier, und zack, und zack, 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 so, das ist irgendwie weniger Energie, ne, ja, genau, das ist weniger Energie, gut, aber hier ist der Bonus, da unten fahren Autos her, what the, oh mein Gott, oh, Gott, okay, äh, alter Schwede, äh, alter Schwede, oh alter Schwede, so, ihr seid mir hier zu viele, wirklich, so, dann, also, was, das sind mir hier viel zu viele Gegner, ey, wie soll ich die denn machen, wenn ich kein, alter Schwede, darum ist eine Medizin, alter Schwede, Huiuiui. So, okay. Dann kann ich jetzt auch hier agieren. So. So, dann kann ich jetzt auch agieren hier. Puh, nicht schlecht, Leute. Ja, toll. Aber was soll ich denn jetzt hier machen? Okay. Holter! Was war das denn? Oh mein Gott. Was war das denn? Wow, da. Halleluja. Weißt du was? Du nervst mich, Drohne. Na komm. So. Huiuiui. Huiuiuiui. Okay. Wow, das ist ein richtig krasses Level. Was für ein krasses Level. Äh. So. Und bam. Der ist immer noch nicht weg. So, jetzt aber. Bam. So. Was für ein krasses Level. Leute. Holter, Schwede. Ah, da unten. Schaut mal. Ah, haha. Geil. Perfekt. Na gut, komm, dann schmeiß direkt eine Granate. So. Die stehen beide nochmal auf, ey. Unfassbar. Holter. Was ist denn das denn hier, ey? Immer ab... Ah, toll. Na gut. Immer diese Abgründe hier. Uh, uh. Oh, man. Und nun? Was zur Hölle? Krass. Wo bleibt die Musik? Was ist mit der Musik hier los? Na gut, egal. Weiter geht's hier auf jeden Fall. Puh. Oh, okay, Leute. Wir haben zumindest schon mal wieder einen Credit und hier... Ein bisschen mehr Leben, ey. Oh. Geile Mucke. Geile Mucke hier, ey. Haha. Okay. Was ist das denn für Eider? Ja. Gut. Was zur... Was zur Hölle? Ja, gut, dann. Oh Gott. Wow. Ja gut, aber ich war ja schon hier zum Glück. Geile Mucke, ey. Wirklich. Die Mucke ist geil. Ja, komm. Okay. Ihr habt auf mich gewartet. Ja gut, dann... Dann muss ich hier... Hier drauf oder was, ne? Okay. Oh, da hinten. Da ist ein Leben. Sehr schön. Das hätte ich vielleicht gar nicht gebraucht, ne? So, zack. Ja. Okay, und jetzt? Und jetzt, Leute? Wo geht's hier weiter? Ah. Okay. Ah, hier. Zack. So. Na toll. Na toll. Na toll. Äh. Na komm dann. Zack. So. Perfekt. Und hier... Und hier... Bam. Äh. Und hier... Bam, bam. Buh, buh. So. Und hier rein? Ah, ich muss hier lang. Okay, da sind noch mehr Drohnen. Wartet mal, dann. Äh. So. Und, äh, ja. Wie gesagt, wir müssen uns jetzt hier den Weg, glaube ich, doch zum Jedi-Tempel durchkämpfen. Und, äh, ja. Das ist verdammt schwierig. Ach, du Scheiße. Boah. Diese Abgründe. Oh. So. Dann kommt dann. Hallo? So. Bam. So. Dann geht man hier hoch, bitte. Puh. Zwei Stück noch mal. Ähm, ja. Dann. Bam. Die andere jetzt auch. Genau. So. Sehr schön, Läule. Äh. So. Was war das da eben für ein Typ, ey? Ich meine, wir haben den nicht platt gemacht. Aber trotzdem geht's hier irgendwie weiter. Keine Ahnung. Ach. Sehr schön. Und bam. Aber trotzdem geht's hier irgendwie weiter. Ich weiß es nicht, was das für einer war. Könnt ihr mir vielleicht sagen, was das für einer war? Och, Leute. Was zur Hölle? Okay. Egal, das kriegen wir schon hin hier. So. Äh. Und zack. Yamachiya. Genau. Und tschüss. Und tschüss. What? Oh. Nicht schlecht, Kollege. So. Nicht schlecht, Kollege. Bam, bam, bam. Was ist mit dem los? Der ist ja verpackt gewesen. Okay, dann. Zack. So. Was zur Hölle? Alter. Alter, was zur Hölle? Scheiße. Ach, Mann. Was war das denn für scheiße, ey? Na gut. Mein Schieß. Das macht schon Bock, muss ich sagen, ey. Das macht echt Bock. So. So, weiter geht's hier. Und zack. Ey. So. Okay. Weiter geht's. Und ja, das Projekt hier, das ist ja auch, äh, eigentlich ziemlich beliebt. Es wird auch von euch geschaut. Äh, find ich super. Das hat's auch nicht anders verdient, weil Star Wars Spiele sind immer genial. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Auch wenn die halt übel schwer sind, wie man hier sieht, aber, 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 die haben definitiv ihre Berechtigung, hier zu sein. Kommt der denn her? Willst du denn? Kommt der denn auf einmal her? Ja. So. Geht bloß weg. Alles klar. Leute, dann. Was sind wieder so viele? Ach, ihr seid wieder so viele hier. Was zur Hölle? Macht der irgendwelche Kicks hier? Yamachiya. Ja, genau. So. Und. Bam. So. Was haben wir hier jetzt? Und da oben die. Alter. So, alles klar. Äh. So. Und dann hier. So. Dann hier. Bam. Bam. So. Alter. Was zur Hölle? Was ist das denn? Alter. Wie schwierig. Wie schwierig das ist, ey. So. Aber das macht schon Spaß, ja. Macht schon Bock, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Und, äh. Ah. So. So. Ach, die Drohne im Arsch. So. So. Perfekt. Und. Nein, nein, nein. Ähm. Zack. So. Und bam, bam. Yamachiya. Yamachiya, genau. Und, äh. Bam, bam. Das sind wieder zu viele. Bam, bam. Äh. So. Äh. Putz, putz. Putz, putz hier. Putz. Ey. So. Alles klar. Wir sind hoffentlich bald da. Ähm. Dann schaff ich das nicht mehr, Leute. Wie viele Gegner muss ich hier noch erledigen? Das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. So. Äh. Hier bin ich immer noch nicht richtig, okay. Aber. So. Was? Ah, was ist das denn? Ah, Medizin. Geil. Okay. Äh. Äh. Dann halt so. Meine Güte. Tja. Dann machen wir mal hier weiter. Ähm. Ja. Bin ich mal gespannt, ey. Wie das jetzt hier weiter geht. Hehehe. Das Level ist auch schon ziemlich lang, muss ich sagen. Also so langsam, aber sicher. Könnten wir mal ankommen, würde ich sagen. So. Äh. Alter Schwede. Äh. Verdammt nochmal. Die halten ganz schön viel aus, ne? Muss ich echt sagen. Die haben es drauf, ja. Das ist wieder halbes Leben. Keine Ahnung warum. So. Dann lass die mal halt mal da unten. Warum ruckelt das eigentlich so komisch? Das ruckelt voll komisch gerade hier. Äh. So. Okay. Machtstoß. Hier ist ein Checkpoint. Alles klar. Warum ruckelt das eigentlich so? Eigentlich ruckelt das gar nicht. Naja gut. Ich renne irgendwie durch gerade, ne? Wartet mal. Äh. Ja. Einfach weil es viele Gegner sind, glaube ich. Bam, bam. Bam, bam. So. So. Und. Huiuiui. Schlag mich nicht. Für wen hältst du dich eigentlich? So. Dann zack. Oh Gott. Äh. Ja, dann schieß. Dann schieß. So. Du solltest aber auch mal treffen. Hör auf zu reden. Ja, dann. Keine Ahnung. Mach den halt so platt. Ah. Der ist weggeflogen. Geil. Der ist weggeflogen. Geil. So. Äh. Meine Güte. Ah, ich glaube diese, diese Drehdinger, die, die verursachen das Ruckeln hier gerade bei mir. So. Alter. Nein. Nein. Scheiße. Oh Mann, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Ja gut. Da bin ich echt auch in so ein Drehding geflogen. Oh Mann. Na gut. So. Dann. Dann hier. Bam, bam. Bam, bam. So. Hier auch wieder. Bam, bam. Ja. So. Und putz, putz. So. Sehr schön. Das Ding, da hole ich mir jetzt nicht, Leute. Penner, ey. Hat er mich einfach runtergeschubst. Dieser Sack. Dann. Zang. So. Weg mit euch. Alles klar. Dann machen wir mal weiter. Würde ich mal sagen. Ah. Nein. Hallo. Ja. Ja. Das Level ist ganz schön lang. Das könnte aber auch bald mal. Das könnte aber auch bald mal aufhören. Das Level. So. Bam, bam. So. Alle weg. Das Ding hole ich mir jetzt nicht. Wie gesagt. Wobei, das bringt Punkte. Bam, bam. Und tschüss. So. Und hier weiter hoch. So. Uiuiui. Alter Schwede. Boah. Das war krass. Okay. Ähm. Gut. Ähm. Ja. Macht Schluss. Okay. Gut. Und dann. Bam. 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 Und weg. Weg mit euch. Nein. Nein. Die haben mich schon wieder gekriegt. Was zur Hölle? Was ist das denn? Oh. Okay. Fuck. Och Leute. Könnt ihr mich mal weiterlassen? Was soll denn der Scheiß? Das ist doch nicht euer Ernst, ey. So. Meine Güte. Wie oft soll ich hier noch rumlaufen, ey. So. Bam, bam. Äh, äh. Das macht schon ganz schön Bock, muss ich sagen. Ja, das macht Bock. So. Und bam. Ja, die muss ich einfach so machen. So. Und dann hier. Und dann. Und dann hier weiter. Bam. So. Genau. Und dann. Äh. Boah, Leute. Ihr gebt mir auf die Nerven hier. So. Und bom. Tschüss. Boah. Okay. Und. Oh. Nein. Um Gottes Willen. Ah, jetzt habe ich es eingesammelt. Verdammt. Na gut, egal. Oh. Ach du Kacke. So. Leute, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Was? Mann, was ist da macht drin? Och, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, öh, öh. Oh, Mann. Ey. So. Der lebt immer noch. So. Gibt es hier nicht irgendwo mal Energie oder sowas? Wieso kann ich nicht hier so? Jetzt. Da. Oh, Leute. Ich bin fast kaputt, ey. Nein. Nein. Boah. Scheiße. Och, Mann. Das kann doch nicht sein. Das kann doch jetzt echt nicht sein. Genau, schieß deinen eigenen Dings ab. Ist okay. So. Okay. Na gut, na dann. So. Boah, Leute. Was ist das für eine Passage da hinten? Bam. Hier. Und weg, glaube ich. So. Und putz. So. Perfekt. Und gut. Verdammt noch mal. So. Jetzt aber. Äh. Meine Güte. Das sind so viele von euch hier. Das sind so viele, ne? Und ich will das diesmal nicht einsammeln. Jetzt hört auf. Äh. Alter. So. Okay. Bam. 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 Da hätte ich doch lieber wieder Droiden hier als Gegner. Wirklich. Alter. Das sind immer so viele von euch. Ah. Jetzt habe ich zumindest wieder volles Leben. Das ist schon mal gut. Alles klar. Dann. Alter. Was zur Hölle. Äh. Meine Güte. So. Alles klar. Jetzt habe ich hier mal gespeichert, Leute. Ähm. Diese Stelle ist ja übelst schwer hier. Uh. So. Okay. Dann Baller. Ne, schieß. Schieß. Der schießt wieder nicht. Doch jetzt. Na gut. Die Schüsse kann ich aber irgendwie nicht deflektieren. Äh. So. Und tschüss. Geh weg. So. Alles klar. Äh. Wo kommt der denn her? Was ist das denn für einer? Die kommen immer wieder. Was soll das denn? Die kommen immer wieder. Wie unfair. So. Kommt jetzt noch einer wieder? Nein. Okay. Gut. Alles klar. Gut. Gut. Ah. Ich habe versucht gerade irgendwie diese Kombos mal. aber die klappen irgendwie nicht. Ne. Bamm. Bamm. So. Komm schon. Komm schon hier. Die Zeit ist gleich voll. So. Volles Leben ey. Das ist echt gut. Okay. So. Jetzt aber. Komm. Alter. What? So. Okay. Gut. Dahin sind noch mehr. Das Level schaffe ich dann quasi nicht mehr in dieser Folge. Ja. Komm dann. Nein. Verdammt. Nein. Scheiße. Okay. Gut. Egal. Hier kommt man ja schnell wieder hin. So. Und dann. So. Geh weg. Blöde Typen hier. Alter Schwede. Ganz schön anstrengend. Vor allem wenn es ein bisschen so ruckelt. Wenn es so ruckelt. Wenn man. Weil man nicht einfach so. Doppel. Doppelattacken machen kann. Ui. Was war das denn? Ja. Okay. Bam bam bam. Und tschüss. So. Okay. Meine Güte. So. Und. Nein. Oh Gott. Alter. Schau dir das mal an. Wie viele Leute seid ihr denn hier eh? Unnormal. Unnormal. Die Anzahl an Gegnern hier eh. Oh. Oh. Mann. So. Und nochmal. Die sterben noch nicht mal. Unglaublich. Aber jetzt aber. Und. Bam. So. Und. Oh. Was war das denn? Was hab ich denn da gerade gemacht? Watz. So. Und bum bum. Puh. Okay. Kommt der jetzt schon wieder her? Oh. Bam bam. So. Und Leute. Die Folge ist voll. Ähm. Ja Leute. Die Folge ist voll. Ähm. Dann würde ich mal sagen. Wenn euch diese Folge gefallen hat. Dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Äh. Würde mich sehr freuen. Und. Ja. Dann würde ich sagen. Will ich euch noch einen schönen Abend. Einen schönen Tag. Ne? Tschüss. Tschüss.